Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht da der Bauer-Rosi? Ich sehe da meine Braugerste, Sorte Marta. Ich glaube, die kommt von Deutschland und ist umgebeizt. Ich komme mir schon fast vor wie ein Biobauer. Jetzt stelle ich die Zollnern vergangenen Lagen weg zu nachvollen Verschlöse gegen die Straßenverkehrsplanung fest. Wie weiß ich, schlecht gesicherte Ladung, technische Mengen Langfahrzeug oder einen Fahrzeug mit Inkelin? So Gerste fertig gesagt, Braugerste. Das hat knapp gereicht. Die Fläche war 120 Ahren und nicht 110. Ich kann nur Saatgut berechnen für 110 Ahren. Ich muss ein bisschen zuschrauben, damit das reicht für den Rest. Es wird dann schwierig, wenn Saatgut so knapp bemessen ist. Aber gut, fertig gesagt. Wieder mal, was erledigt diesen Frühling. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.